Hallo und Herzlich Willkommen zu Let's Play Arctic Combat Defense ja die Spieler mit dem Ende werden da auch dabei ist abhängig was sind dabei auch bei der Plattengamer nicht bei der 2 der Plattengamer Altaus treffnet der Foto und der Worte noch nur ist das Gameplay in den Spielen wird ja das kommt meine Freunde Raa mit allen Toten nachwarten das gibt es nicht ich mache ich bin ein bisschen an die Black Ops zwei Steuern gewöhnt zu starten okay der Code geht also dass der Karte nun ja was ist äh die war ziemlich teuer und aber doch manchmal so wenig Leben Artic Combat wenn ich euch unterladen wollte ist ein Gratis Spiel links in der Beschreibung stimmt ja aber ich würde mir gerne aufs Thema und das ist glaube ich doch relativ praktisch ja aber das er hat gerade nicht in der Beschreibung und auch die Hersteller ja so weit von einem ist auch verlinkt ja noch einmal ich bin ich ja war ja aber ich bin auch irgendwie komisch als Bild dazu als er hat du ganz blödes wie ich Altaus muss machen was gibt es nicht der Code und der F2000 komm her na komm na komm brav wow das war eine geile erste Runde mhm weil ich so scheiße bin grad eben das ja genau das halb und vorhat noch ein bestes Gameplay und jetzt bin ich vor dem Abscheißen alter ich gehe das aufgenommen wenigstens nein bist du behindert seit dass du mit Musik hochladen können ja das ist geil gewesen ich hatte so viele Sechsfachkünste Munizio um so sind wir unsere anderen Freunde nicht die kleinen ich hoffe die so ja das sind so behindert ja die die machen die ich nur der Mensch sollte ich viel mehr Punkte geben wenn du sie tötest ja denke ich auch Alta der Code machte keine der Mensch auf die Dinger machte die Dägel der Mensch Prozene gar nicht ich hab grad ein und fragt viele Luft wie ich ja auch weil die kleinen Laufmann noch bei der Alta trifft nichts war er heute mal aus gut gesicht und sich etwas das interessiert sich hier ist bei mir mal aussieht er haben um alles kommt es wieder hier und da mal aus meiner Sicht seine sieben Verschäden so in Minecraft die Leute wahrscheinlich erst an das ist ein weil ich habe so ein kleines Aufnahm Problem aber es werden wir leben er selber ist reiht und dann hat er auch der Börner gerade auf oder das ist das Problem mit dem 4 Kieler haben schon alles behoben wie war das hat alles geklappt mussten updaten alle mit einem Magazin tötig drei Luftfiecher der AK so ich hab mal ein Türius zurückgeholt mit die Schwachen ja das bringt Punkte ich bin erster ja alter Stieb ich stehe doch um was gibt es so zu sagen wir reden nicht viel müssen konzentriert und er haben nein ich bin auf easy Alter der Depp hat auf easy gestellt egal ist eine kürzere Runde ja okay und das hat uns halt schämen wenn er das nicht schaffen ja ich würde sagen wir nennen das Spiel 1 oder Season 1 geht geht es nicht nee aber folge 1 2 weil wir werden dann noch mitlaufen also das können wir jetzt schon sagen wir uns alles auf einem Fleck machen oder mehrere Parten mehrere Parten zu licht ja da mache ich meine halt so Spiel 1 Part 1 also das ganze Jahr das die paar Minuten müssen dann 20 Minuten oder das war ja ich glaube es geht in einem Paar zwei Parts das war nur nervig und die Klammer macht dann halt noch wie sie oder so also es war ihr voll beabsichtigt dass wir die Spiele haben wir hat ich dachte schon ein alter Runde 3 es kommt kein Boss nichts okay perfekt bei normaler Spiele auf normal und jetzt okay super und für mich gewundert der Arke auf easy das ist natürlich was anderes Urlaub aus dem Kampf Mann scheiß Fischer der Plan war in für mich das mittlere Land war auch er also die Augen der BG nehmen und ich hab den anderen auch schon der macht das mal weiter ich nehme ich mache auch einst mit der BG ich mache ich Alter der Dreiheirat neuer Neuer war er auch so man in der Pflege ja ich habe auch ein ich habe auch so auf den Boden geschossen und spaßig vermutlich gibt es heute auch mal mit tun ich dachte ich habe zu etwa für den Code und dann habe ich der BG ausgepackt und hat mich selbst umgelegt da haben das noch machen aber alles geplant und alles geteilt hat alle kommen immer nur diese Schwachen ja ich bin so geil wenn ich so schnell kaputt werden ich finde ich auch irgendwie Lieber aus dem Roten nein ich mag die blauen Lieber die Roten sind immer doch noch gesteckt total ich finde ich auch irgendwie Lieber aus dem Roten der Kunde okay gegen die großen Ehre ist so ist es mir nicht weil ich bin die ganz großen so wie ich bin auch schon diesen ganz Liebker ja das muss aber echt lieber aus so ich möchte ich möchte dann kaufe ich mir auch hier okay ich kann nur den Geld ich brauche auch ein halbwerk Mg Mg Power ja ich kann kommen auch an so er hat ja kaputt und land aus ich will mich schon mal so entgegen nein die kommen später in der Runde und er hat mich da mit fotografischen Visier waren man wollte ich mal sterben irgendwie an das mache ich keine Kindes ich schieße alle die Galt schon noch aber auch immer der BG da Prozent Mg GmbG der E-Mann E-Mann das ist ein das der Eichhörige Kurs nicht will das macht Fehler und die Zeit kommt auch ein Bild 2 und so schön vor mir sind wir haben wir machen schon mit 2 ja wollen und mal kurz war so ein gutes Geld zusammenbringt was guck mal das erst mal ein gutes Gameplay zusammenbringt oder mach die Road to commenter oder sowas der David und du was macht er genau in B2 und dann einfach nur Gameplays nein wir spielen online so zu zweit und reden da während der Sonne aber ich auch nicht dagegen scheiße, die kämme mich an ich helfe dir ja danke stirb oh no das ist fast nicht umgebracht Alter die Alice Nerven die Strahl glaubt das man muss mehr begehen nicht Alter okay nein wenn sie fliegen für die Scheiße okay dann habe ich und andere mache ich mit dem Gehreit sehr gut so ist doch nicht unbedingt Helfer X weil ich bin hier man schon ausgedrückt also ihr seht ja hier unten an der Punktehandzahl dass ich hier der Beste bin ja aber ich hatte vorher echt ein gutes Ergebnis komischerweise ja es ist die Punkte ist eigentlich egal ja weil man kann zum Beispiel auch nur Kinnstil damit hat man die ganzen Punkte weil für Assisten das Becken bekommt man hier keine Punkte das ist ja außer bei den Bossen aber ja ja bekommt jeder Punkte der noch einmal drauf geschlossen hat ja ich glaube überhaupt alle ja 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 nicht nein nein ich habe es nicht gemacht das war nicht aber nicht aber echt mich will nicht aber klug ja mit der A gestern der Spieler mal amal um ein gut zufrieden ich sehe nicht ich habe gut drauf vor Ort ich sehe nicht wessen erst weg ist das ihr habt nicht gestorben ich habe noch mal den Gehens und Depp setzt ihn erst weg ein bisschen nicht ja wo auch das ist sowas von seiner Schuld mehr abzut und gehen wir sind ganz viele kleine Viecher ich will nicht zu Unrecht den Tod doch nicht so weiter das Ding hat so wenig Leben gehabt ich hab sie getötet mann jetzt schon wieder Lander und ich will die Reacher das sind noch man das Wort ja das war ich habe kommen und beginnen und aber ich habe eine Wecke stil und ich habe Ardor Schömer vor dem Stil in so wie ich das der Keter bei den auch mit spielt der ist eigentlich so um nicht in die Fans nur dem anderen Motto relativ echt gut weil er hat sich recht guter ich hatte vor allem dass es geht bis das Gameplay und wo er ein Kind hinter mir sind weil man mein Kind Alter das ist gut was wird sie mich abgegangen bin ja weil ich eigentlich alles für dich gemacht hat das immer super in der Aufnahme wie alle mich alle mit bis ganz wenig Leben machen dann bringst du du aber ganz genau mit dem RG das immer so wunderschön der Aufnahme zu totalen Kielstieler bist oder schon dass das nicht mit Absicht passiert Schmierhalde Kielstieler bleibt Kielstieler und rot bleibt rot und dumm bleibt alles wusstest du nicht gern die Fresse damit oh ja was war das Kerstina Nein der Rest auf dieser Scheiß verdammten Welt oh ja die Minifiche sind so scheiße Junge kann man fast mit dir vergleichen waren im Gegensatz zu ihm also wie ihr seht ist ja David hier voll nicht nervig nein absolut nicht David es kommt immer zum richtigen Zeitpunkt dann wenn er gebraucht wird obwohl wir waren auch in seiner MB2 war ich kann auch nervig sein wenn du willst das ist wie geht das kann man das wissen ich habe schon und es ist ein Kochbuch war ich habe die mir nervig Alter ich bin jetzt und dann zu erinnern ja der Boss geht mich an und mit dem Tor aus dem Klob so ich glaube wieder mal den Geld MK 48 er ist ein Igel er hat an anderen da 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 ja mit sechs Leben immerhin locken und lenkende Weg abmacht ich glaube ich bin doch der der am meisten Schaden zu das gerade hier ist gefallen ich bin auf die Schuss ich fühlte die meisten Schaden zu ich wette irgendein Kielstieler und wenn du bist sowieso erster ich wette nicht ich weiß es nämlich ist sowieso erster das ist jetzt schon klar weil der Boss bringt nur 7000 Alter noch oh scheiß Kind was mich in Ruhe so kurz vom Verrecken ne ich auch und er geht mir nach das scheiß Ding verfolgt mich lass mich in Ruhe mit der Liga nein und jetzt wieder geht's also das wetten wir dass sie ihn jetzt umbringt ich sage ich zog so aus wenn es während dem Boss umlegt bevor ich wieder respawne ah ja ich bin auch dort wo ist das scheiß ich ja bitch der Krucke hat's gemacht aber ich bin trotzdem erster bitch ich war high ich bin trotzdem